Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück hier bei The Division 2, Alter. Ich komme gerade aus der Nachtschicht, es ist irgendwie 9 Uhr morgens. Ich gehe gleich ins Bett, aber vorher will ich noch für euch die The Division Folgen aufnehmen. Zwei Stück an der Zahl heute mal hintereinander weg, damit wir das auch alles noch schaffen, dass hier schön täglich eure schöne Folge kommt. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Bock drauf, wenn ja. Es gibt da einen Weg, wie ihr mir das ganz simpel zeigen könnt. Hinterlasst mir doch gern einfach mal einen Kommentar. Dankeschön. So, jetzt lass mal gucken. Den Kontrollpunkt hatten wir ja. Uns ist ja beim letzten Mal schon aufgefallen... Sag mal, was haben wir denn gemacht, Alter? Wie kann das sein, dass wir in manchen Orten einfach das Safehaus nicht hier haben? Zum Beispiel hier, gibt es hier kein Safehaus? Hier gibt es auch kein... Doch, da ist eins. Da ist das. Okay, wir nehmen jetzt erstmal den Kontrollpunkt ein. Damit wir gleich am Anfang mal ein bisschen ballern können. Und dann können wir immer noch schauen, wie wir dann weiter vorgehen. Draußen ist schon übelst warm. Das ist das Schlimmste, wenn du quasi Nachtschicht hast. Was heißt quasi Nachtschicht? Wenn du Nachtschicht hast... ...im Sommer... ...das Schlimmste, was passieren kann. Und meine Nachtschicht ist super gemacht worden. Ich habe Nachtschicht... Dann habe ich eine Woche frei. Glaube ich zumindest. Dann habe ich eine Woche Normalarbeit. Dann habe ich wieder eine Woche Nachtschicht. Es ist einfach wunderbar. Ich mag das Movement total. Da ist gar keiner. Fick dich selbst. Muss man manchmal schon echt ganz genau hinschauen. Alter, wie die Schüsse vom Auto abprallen ist ja der Shit. So, da ist aber noch einer. Oh, schön. Das ist bereits im Gebiet hier. Verstärkung trifft Aldo. So, kurze Konzentrationsphase. Oh, das ist Kackvieh. Schnellfassender Feind erkannt. Easy. Leute, Alter, wir sind einfach unstoppable. So, eigentlich fehlt hier bloß so eine Gatling. Oh, Trinkwasser. Nice. Das kann man trinken. Uh. Schwer gepanzerte Feind erkannt. Oh, Trinkwasser. Oh, Trinkwasser. Oh, Trinkwasser. ich will ja nicht sagen aber ich bin schon verdammt gut wir müssen auch mal langsam gucken wir sind ja mittlerweile stufe 30 und stufe 30 bedeutet ja eigentlich dass wir uns unsere wir können uns halt so ein teil dann aussuchen kenne mich halt super aus aber ich weiß nicht wie da ist alles schlechter was wir bekommen da kann man sich sein charakter angucken ist ja auch cool ist ja auch cool die ausrüstung speichern schreibt mir mal gerne in die kommentare wie ich denn jetzt muss ich muss ich noch mal einmal komplett auf aufstufen oder vielleicht muss ich auch einfach bloß ins weiße haus gehen bei ab stufe 30 kann man sich so weit ich weiß so eine spezialisierung quasi holen aussuchen wie auch immer und die ist total spezial und da hat man halt dann seiner spezialisierung entsprechend eine waffe ich weiß nicht ob das noch irgendwelche sachen ändert aber das auf jeden fall da wurde nämlich auch schon mehrfach jetzt gefragt welche spezialisierung ich denn dann spielen will etc und ich würde da drauf total gerne ab antworten ich weiß es nur einfach nicht also so einfach ist das bei mir mal grad schauen was wir hier weghauen und was nicht zack so dann modden wir das mal so viel stabilität wie geht es ist er nachladetempo die feuerrate die müssen wir nicht erhöhen vielleicht müssen wir wirklich dazu einmal zurück wir können es ja mal ausprobieren ins weiße haus würde mich nämlich auch mal interessieren spezialisierung also ich habe gelesen dass man halt auf stufe 30 und dann kann man sich eine spezialisierung aussuchen ich hätte gerne panzer faust die wollen wir alle schon die ganze zeit haben vorteile fertigkeiten hm wer könnte dafür zuständig sein vielleicht die oben ein wenig hilfe könnte viel bewirken agent ja man hilft sich um sich selbst zu helfen ich weiß nicht ob wir es ohne sie geschafft hätten ich finde es geil dass wir jedes mal aufs neue irgendwie die ganze erklärung bekommen wie ich hier war ja auch nur das für die dark zone dark zone machen wir ja nicht Also wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare Damit ich mal hier ein bisschen Mal ein bisschen Was ist das denn? Elfenbeinschlüssel? Wer bist du? Plan Planquartiere Nice, 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 alter Also es ist echt die Niceigkeit Aber, ähm, ja Bringt uns jetzt nichts So, ähm, ich würde jetzt als erstes mal hier das Safehouse holen Weil dann wahrscheinlich hier in diesem Gebiet erstmal ein Haufen Nebenaufträge auch freigeschaltet werden Ich weiß, wir haben oben in dem Gebiet haben wir, äh Unicary Square Oder wie auch immer das heißt Da haben wir auch noch, ähm, Kontrollpunkt Den werden wir uns auch noch holen Keine Sorge Oh mein Gott, Sorge Ich bin auch so ein, so ein Licht, Alter So eine Lichtgestalt Und natürlich einfach mal Nicht unser ganzes Zeug verkauft, ne Wäre, das wäre nämlich sinnvoll gewesen Und sinnvoll Machen wir nicht Ruf der Freiheit All righty then Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt All righty then All righty then Ja, manchmal bei unserer Rüstung noch so zwei blaue Striche. Ist euch das mal aufgefallen? Weiß ich auch nicht, wo dran das liegt. Aber ich find's gut. So, da wo wir rein müssen, warten natürlich welche. Fragt man sich doch, was die hier in dem Safe auszusuchen haben. Ich dachte, hier können nur wir rein. Nice. Schrad. Hochgeschwindigkeitsmunition. Ich weiß nicht mehr, was die macht, aber es hört sich auf jeden Fall gefährlich an. Hochgeschwindigkeitsmunition. Munizition. So, safe aus. Die hier stationierten Agents hatten einen Radiosender, um feindlicher Propaganda entgegenzuwirken. Sieht aus, als wäre noch viel zu tun. Ich schicke Ihnen, was ich habe. Okay, Agent. Dann glänzen Sie mal. Shade Tech Behälter erkannt. Nee, da kommen bloß die ganzen Shade Tech dazu. Aufklärungseinsatz in der Dark Zone, den haben wir auch noch offen. Okay, als erstes holen wir uns jetzt mal hier den Kontrollpunkt und dann machen wir den Aufklärungseinsatz in der Dark Zone, liebe Freunde. Nice. Freue ich mich drauf. Ich wusste doch, wir haben noch einen offen. Und dann gehen wir die beiden letzten, in Anführungszeichen, Hallen an. Ah, die Festung. Die Festung der Einsamkeit. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten verändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Gott, ich würde so gerne ein Game vertonen. Liebe Game-Vertonungsanstalten. Könnt ihr mich bitte aufnehmen? Habe ich euch schon mal die Story erzählt, wie ich beinahe tatsächlich einer... Das Problem ist, ich kann nicht viel darüber reden. Das nervt mich so ein bisschen. Es wäre beinahe so gekommen, dass ich einer Spielfigur meine Stimme geliehen hätte. Und ich war super hyped, alter. Super aufgeregt. Und dann ist leider nichts draus geworden, weil die Firma, die Entwicklerfirma leider den Auftrag verloren hat. Und dann geht's weiter. Ich war nicht so gut, wie ich würde sie sehen, wie ich auf den Aufenthalt habe. Ich war nicht so gut, wie ich war. Doch. Ich bin gefahren. Ich bin jetzt schon zuerst. immer wenn wir nachladen komm schon meine fresse alter wer cool gewesen aber das sind so sachen hat dann halt nicht funktioniert schlägt man sich das wieder aus dem kopf direkt headshot weggeklatscht den dude fand ich gerade interessant ich glaube ich habe das das erste mal gesehen das ist direkt die möglichkeit gibt sachen die man findet aufzuspalten ganz mal sehen wir zocken das game jetzt auch schon einige folgen das ist das erste mal dass ich das aber ihr wisst ja ich übersehe ganz gern mal was so diesmal gehe ich ganz geschickt und ganz vorsichtig vor ich weiß bei geschickt hat der ein oder andere jetzt gerade von euch schon wieder gelächelt aber ich will diesmal halt auch da ankommen weil bis jetzt war es tatsächlich jedes mal so dass wir auf dem weg dahin waren und auf weg daran dann abgeknallt wurden lass dich nicht ablenken du hast ein ziel verfolge dieses ziel komme was da wolle hüte dich vor der versuchung hüte dich vor dem wolf im schafspelz hüte 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 Bitte? Junge! Ich muss auf vorne. Okay, halb so wild, alles ist gut, Leute. Alles gut, alles gut, nur eine Fleischwunde. Nur eine Fleischwunde. Schwer gepatzeter Feinde. Schwer gepatzeter Feinde. Ein Sniper? Das war ein Fehler von dir, mein Freund. Endlich ist auch die Verstärkung da. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Haben wir. Was fehlt, ist so eine schöne Gatling mal wieder. Hat schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Mal wieder so ein fetter, das geht aber. Ich muss nachladen, okay? Ich muss nachladen, okay? Ich muss nachladen, okay? Ich muss mich bald du. Schwer gepanzerte Feinde erkannt. W-Wait, what? Ich sehe es auch nicht. Bekommen wir jetzt eine Belobigung dafür, dass wir alles eingenommen haben? Ich meine, wir haben ja jetzt so ziemlich jeden verfügbaren Kontrollpunkt, den es gibt im Spiel, eingenommen, oder nicht? Oder nicht? Vor allem, wie lang zur Hölle ist denn diese Folge, Alter? So lang ist hier, okay. Ich habe nichts gesagt. Nicht schlecht. Auch nicht so, dass mir vor Freude die Hose platzt, aber nicht schlecht. Ich glaube, wir haben nämlich einen 28er Sniper. Das ist doch ein schönes Bild. Ich würde sagen, mit diesem schönen Bild verabschieden wir uns. Aus der heutigen Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, sehen wir uns in der nächsten Folge von VidaVision 2 wieder. Hinterlasst mir auch gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Aber ich weiß, ihr brennt darauf, mir irgendwas zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. bis zum nächsten Mal.